und damit bis jetzt was geht ab und heute leute werde ich eine kleine room tour meines zimmers machen und genau leute denkt euch nicht wenn ich irgendwie mal so ein paar komische gesichtsausdrücke gemacht liegt nicht an euch das problem ist schlecht luft gerade ein bisschen weil ich bauchweh habe aber das wird so leute ich mal aus dem schnitt mir geht es wieder sehr gut würde ich sagen kann mich hier ich würde sagen da leute das ist mein schreibtisch hier sind einfach schule aber ist ja auch privat wasser laptop spieltelefon maus und so weiter da kann man zieht dies reintun dann leute ich hier also leute ich hier hier sind meine vielen pokale die ich beim fußball gespielt habe ich bin aber jetzt nicht mehr im fußball zu spiele hier habe ich halt dann noch handschuhe und ein mutter genau leute dann habe ich hier noch mein rad ich denke mal hier schnell das kennzeichen zu hier genau leute ich würde sagen jetzt komplett mobil aber nein ich bin nicht damit nein ich bin nicht mehr damit bloß ich gibt es hat auch feuerwehr und ich will halt und ich mag hier das ist meine ganze plämo besammlung ich spiele aber nicht mehr damit also schon viel zu kindisch hier ist auch noch mal ein ordner genau leute hier sind verschiedene bücher hier sind auto schrauber und genau leute dann würde ich sagen gehen wir zu meinem schrank das ist einmal hier der da sind auch noch viele sachen drinnen genau leute ich hier ist ladekabelschiene doch die für die katzen da will ich sagen kommen wir hierzu da ist einmal eine ps die ps4 sagen dann legen wir mal dahin da ist man nintendo und natürlich hier sind die ganzen spiele für die hier rein hier haben wir dann noch 1 2 3 4 taschentücher also ja immer zuvorsagen hier noch so ein kreuz hier hinten dann auch noch versteckt das bin ich und das mein hund aber dann haben wir leider nicht mehr dann leute hier meine cd versammlung hier unten noch ein paar filme spiele und genau leute ja hier drinnen leute haben wir hier haben wir auch noch rucksack koffer ich weiß nicht mehr ganz so schlecht warum auf einmal ist mir so schlecht geworden aber jetzt habe ich mir bauchschmerzen und ich schlecht luft aber es gibt genau dann zeige ich noch mal hier schnell ich hier kann ich noch eine tastatur reintun wenn ich immer die tastatur reintun dann haben wir hier ja kleine kiste jetzt sehr viel sehr sehr viel Stücke mit sehr vielen Stiften, hier Leute, auch immer noch Kabel zu zeigen, ja, hier auch noch Sachen, die sind auch noch mal, meine Kamera, hier haben wir auch Leute, und genau Leute, jetzt komme ich hier zu, das heißt Leute, ich spiele das mal ab, sie können nicht so gut, ich spiele das mal ab, sie können nicht so gut, das soll zu werden, sie können auch, sie können nicht so gut, sie können nicht so gut, ich bin ein paar Jahre altes, die sind die Bewerge, ich bin ein paar Jahre altes, ich bin ein paar Jahre altes und dann wurde das so gut, Leute, da bin ich wieder. Das heißt, wir gehen jetzt ins nächste Zimmer freigeschaltet, bloß ich mach es nicht auf, weil es ist eine Katze. Gucken, sind die überhaupt drinnen? Ne, sind sie nicht. Leute, nächstes Zimmer. Ja, Leute. Dann einmal. Egal. Hier, Leute, hier sind Karton voller Klamotten, aber... Hier haben wir noch, wo ich draufsteigen kann. Einfach ein Ladekabel. Und nochmal Bücher übrigens. Das ist das Zimmer von meinem Bruder. Wenn man es hört, heilt es hier ein bisschen, aber ist egal. Hier haben wir dann noch ein paar Bücher. Oben auch nochmal ein paar Getränke, aber... Hier dann, Leute, auch nochmal was. Viele Sachen halt oben. Ups, sauer. Hier haben wir dann noch andere Klamotten von meinem großen Bruder. Genau, das bin dann auch hier wieder ich. Oh, hier ist das Bett. Das ist eine Couch, aber das kann man auch so ein Bett verwandeln, Leute. Und genau, hier ist dann noch eine Uhr. Hier kann man Kerzen reintun. Hier hat er halt auch nochmal. Und genau, Leute. Erstes, äh, zweites Zimmer freigeschaltet, Leute. Was heißt nächstes Zimmer? Küche. Das heißt, Leute, Küche. Warte, ich möchte mal was machen. Bis gleich. Schön, Leute, da bin ich wieder. Und genau, Leute. Das ist hier die Küche. Hier. Das ganze Zeug hier. Genau. Dann hier. Hier nochmal Getränke. Und hier auch nochmal, Leute. Vieles. Genau. Leute, zweites Ding freigeschaltet. Kommt hier die Toilette. Ich glaub, das will eher gar keiner sehen. Hier für nur ein Klo. So, Leute. Dann nächstes Zimmer ist das Schlafzimmer, Leute. Falls ihr macht hier mal die Türe zu. Und dann, Leute, haben wir hier einmal Bilder. Hier die Türe. Hier schlägt immer meine Katze drauf. Hier ist nochmal so ein Spiegel. Staubsauger. Wäsche. Schrank. Kommen wir gleich zu. Erste Katze. Zweite Katze. Das ist die Nala. Das hier da hinten war gerade die Nele. Die Nala will raus. Leute. Das ist hier ein 5x5 Meter Schrank, glaube ich. Ja, sollte einer sein. Ja, Leute. Dann hier haben wir meine Mutter den Bereich. Hier ihre Handtaschen. Hier T-Shirts. Und so, Leute. Genau. Und hier auch nochmal kleine Motten, Leute. Hier haben wir dann auch nochmal so Sachen. Wie. Wie. Egal, Leute. Das liegt halt ein paar private Sachen drin. Nele, komm. Komm, Nele. 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 Ja, egal. Und dann haben wir hier noch das Wohnzimmer. Hier. Hier ist ein Fernseher. Gucken wir eigentlich immer am meisten. Ja, YouTube. Normales Fernsehen, was halt gerade so kommt. Hier ist ein Balkon. Können wir auch mal rausgehen. Können wir kurz rausgehen, Leute. Aber. Ja, Leute. Die Feuerwehr hat hier gerade eine Übung. Und. Genau, Leute. Da wollen wir sie natürlich jetzt nicht weiter stören. Und, Leute. Ich würde sagen. Da draußen, Leute. Ich würde sagen. Wenn euch das so viel gefallen hat. Lass ein Like da. Ja. Abonniert meinen Kanal. Dann würde ich sagen. Wie immer. Instagram. Und Snapchat. Und in der Videobeschreibung. Dann würde ich sagen. Macht's bis dann. Ciao. Ciao.